Untertitelung des ZDF, 2020 Es kommt nicht so oft vor, dass meine Kunden hier in den Schlafanzug reinkommen. Allah, rutsch dir rüber, soll ich jetzt dein Gehirn pusten oder was? So hielt's gar nicht. Ruh, verdammt! Mädels, ein bisschen Puff und kein Tanztheater. Das Helsinki-Syndrom bestreitet einen Umsprung im Verhältnis der Gase zum Gase-Nehmer. Ja, gute Arbeit, Jungs! Hey, das ist genug. Guck dir hier. Kenn ich sie nicht irgendwoher? Oh, nein.